Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia. Ja, ich glaube ich werde verlieren. Weil, oh ich sehe jetzt erst, Neptun ist vergiftet. Wir haben letztes Mal gegen einen übermächtigen Drachen gekämpft, der uns durch den Fleischwolf gedreht hat. Dann so eine Art Phönix, dann hat, wie heißt sie, Noir uns verfolgt, uns gefunden, sich transformierte Blackheart und jetzt will sie uns, ja herrlich. Ebenfalls Blatt machen. Hm. Lass mich nachdenken. Heilzeugs habe ich ja genug. Ja, das Problem ist, du musst auf jeden Fall angreifen. Was, nun? Wie mies. Okay. Wobei, du bist auch in... schlimmer Reichweite. Ah, gut, gut. Wow, ich mach kaum Schaden. Das kann dauern. Wobei. Warum mach ich das nicht, hm? Was zum Henker? Wie soll ich dich jemals besiegen? Okay, ich versuch's. Das war so gut wie nix. Ja, einer von euch beiden will jetzt drauf gehen. Ah, okay, okay, weg hier. Sicherheit bringen. Muss ich mich auch heilen? Nein! Die kommt mir hinterher! Du dumme! Du dumme! Sie resistiert. Resistiert. Also sie ist resistent. Ich könnte Stärke heben, aber es bringt mir jetzt nichts mehr. Was kommt als tot? Ja, dich besiege ich ja nie. Wehe, ich bin jetzt... Was? Ich muss dich besiegen? Was zum Henker soll das? Wom... Ist das so? Ich muss ja... 300.000 Level steigen, bis ich die besiegen kann, alle. Du Gockel! Also entweder ist das Spiel zu schwer, oder ich versteh's nicht. Du doofer Gockel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt keine Lust hier 300.000 Level zu steigen. Weil den Drachen kann ich nicht besiegen. Dann diese Noir, oder wie die heisst, kann ich nicht besiegen. Musst du erst mal abhauen. Herrlich. Also... Nicht herrlich. Was ist denn hinter dem Drachen da? Das hätte ich gern. Verschwinde. Killer. Irgendwas. So, das kann ich wahrscheinlich erst zusammenmixen. Oder das muss ich wahrscheinlich erst zusammenmixen. Du blöde Pflanze. Ja, war ja klar. Kann ich euch beide... Komm, ja. Hey, das war's. Ich kann's warten. Das kann ich ein bisschen verletzen. Wir haben es geschafft. Superwinn. Ja, wenn ich so wenig Erfahrungspunkte bekomme, dann spiele ich an dem Spiel ja 300 Stunden, bis ich hier irgendwas erreiche. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Oder ich mache einfach irgendeinen Fehler. Na gut, ich spiele das Spiel ja auch zum ersten Mal. Kein Wunder, dass ich mich so einstelle. Ey! Scheiß dich in Stücke. Und Iff ist schon wieder kurz davor zu verrecken. Wie jedes Mal irgendwie. Okay. Vielleicht darf ich hier noch gar nicht sein. Das kann ja auch sein. Was ist das da? Jetzt sieht es aus, als ob Neptun eine Erinnerung verloren hätte. Ja, das weiß ich. Das ist ein Plan für ein neuer, ja, Dungeon. Ich bin ein tapferer Spelunka-Erkunder. Gräber. Ich suche nach allen gefährlichen Dungeons der Welt. Zekka-Ruine. Die kenne ich gar nicht. Äh, wie ist das mit diesem Plan, Shika? Ja, Hände nahe. Er verliert nix oder so. Get the Painting. Veteranenjäger. Äh, ist ein Plan für dich. At my level. Ja, werden keine Monster- Und werden keine Monster-Challenge. Destroy Symbol. Gibt's nur das. Das ist eine leere Disc. Um eine Idee, äh, ja, ein Ideen-Chip zu setzen. Ah. Da ist auch noch was. Slayer. Der Sarah Slut Slayer, wie hätte ich sagen würde. Was ist das für ein Plan? Äh, Paddel. Äh, jetzt. Der teilt sich zu Hause die Aufgabe von dem König. Oder für den König. Okay, gucken wir mal. Ah. Machen wir das mal. Ja, die habe ich alle off-stringen gemacht. Ja, antiker Drache. Gegen den habe ich gekämpft. Aber der hat mich so fertig gemacht. Anhaltig. Was? Das ist für ein paar jetzige Mal. Das ist für ein paar jetzige Mal. Oh, was. Mit dem wird der wieder aufschraben. Ich glaube, es ist für ein paar jetzige Mal. Aber ich glaube, es wird mir alles abgehoben. Das ist für ein paar jetzige Mal. Naja, akzentrieren wir einfach alle. Mhm. Kassette 2 Bambusschwert Er macht mich schwächer Warum sollte ich das kaufen? Oh Mit Stärke aber Agilität sinkt Und Technik 10, 20 Aber dafür Klauen Das ist ja auf jeden Fall wert Ja das auch Sollte meine Figuren Vielleicht mal ausrüsten Was Glück sinkt Ja das da 277 Das oder das? Das 228 Nicht schlecht Aber dir gebe ich das da Ich versuche ausgewogen zu sein Was sind das für Dinge? Es steigt auf jeden Fall um 50 Oh Oh Also 5 Punkte sinken Aber Kann ich nicht Details Kann ich Kann ich nicht irgendwie nachgucken Was das heisst Hier dieses Move Als Ja Bewegung Aber Wamsch Oh wow Wow Noch besser What der Oh Resistenzen Das ist ja geil What 5.000 Aber holy shit Krass Das brauche ich Äh Neptune only Okay Wow Nicht schlecht Aber 10.000 Ne 100.000 Warum zu Teuer Äh ne Doch 10.000 Das muss doch was bewirken Warum ist das so teuer Wenn es nichts macht Hm So Ify only Compa only Hm Hm Er nimmt quasi 5 Punkte weg Für was anderes Dress Easy to wear Easy to move Ja es sind Klamotten Aber warum Oh So das sind die Haarreife Hm Warum sollte ich das hier kaufen Wenn das hier denselben Effekt hat Und viel billiger ist Will ich jetzt Ify only Compa only Hm Hm For all CPUs. Ja, das verstehe ich nicht. Materialien. Hm. Ja toll, ich habe jetzt ein paar zusätzliche Dinge gekauft. Aber ich glaube, ich muss trotzdem Leveln ohne Ende. Vor allem will ich das da haben. Wenn ich allen dreien das hier holen kann. Aber das... Wow, dann muss ich 15.000 ausgeben. Aber ich verkaufe was. Hm. Das ist alles so wenig wert. Das Ding habe ich gefunden, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Lebensfragment. Aber ich muss mich anders hinsetzen. Level 9 ist zu gering, oder wie? Weil ich werde sowas von vernichtet. Was wollte ich denn jetzt? Das da, glaube ich. Ja, das ist keine Disc. Kompass Bandage. 317. 317. 317. 317. Ja. Die gebe ich die klauen. Ah. Das größte der Prozessor. Ah. Ja, aber die machen nichts. Wenn ich mal einen kaufe als Test. Ja, dann verlieh ich wieder Geld. Terra L. Das sind die leeren. Moment, welche Buchstaben? Purple. Okay, Purple L. Oder ne, was ist das erste? Purple C. Gut. Falsche Taste. Nein, wieder falsche Taste. Drück nur das Falsche. Und ich gehe auch ins Falsche. Okay. Purple C war es. Kaufe ich mir Terra. Ah, nein, habe ich nicht. Wenn ich mal was Leeres kaufe. Was? Warum? Warum sollte ich das machen? Na, herrlich. Ich frage es nur, was mache ich jetzt? Minsterhöhle. Gibt es hier auch ne Gilde? So, die Gilde zählt für alle. Der Shop auch. Wobei, ich habe ja diese anderen Armreife. Das kann ich hier ja verkaufen, aber pff. Das macht mich auch schlechter. Wie war das nochmal? Wie viel? 5.000. Das ist einfach so dick. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Nur was? Eins davon. Nur eins. So, jetzt aber. Oh, das verringert andere Sachen. Muss sein. So, Ausrüstung. So, Cross Necklace. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Da kann ich eher draufhauen. Was macht das eigentlich? Give me a second to her Birthday. Uh. Luck ist Glück, oder? Gut, ich muss jetzt auf Lebenskraft setzen. Ich kann jetzt nicht anders. Okay. Noch ein Plan. Ups. Warum habe ich es weggedrückt? Ja, nimm das. No. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Also eigentlich... Goldene Krone. Eigentlich kann ich die ganze Zeit hier kämpfen und trainieren. Ich glaube, das werde ich machen müssen, weil... Ich werde hier nicht so weit kommen, wie ich glaube. Aber gut. Ich werde auf jeden Fall... Zuvor safen. Das war Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Ich glaube, ich werde ziemlich viel trainieren müssen, um gegen die irgendwie eine Chance zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch.